Herzlich Willkommen zurück zu Culling mit Kunra. Hallo. So, ein weiteres Ründchen. Jetzt die Serie unterbrochen. Einmal als ich aus Jaman zurück war, ist Kunran direkt am Anfang gestorben. Und jetzt bin ich einmal direkt am Anfang gestorben. War einfach direkt der erste Kamm, weil Folgewennacht 10 Sekunden zu Ende gewesen ist. Er hatte ein HP gehabt. Ich habe ein HP gehabt. Ich habe daneben geworfen. Er hat mich getroffen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hatte aber den ersten Wurf. Also ich hatte es in der Hand, ob ich gewinne oder verliere. Also ich habe eigentlich verkackt. Weil er dachte, sich mit einem HP wegzuwenden. Okay. Und dann hat er dir die Waffe zurückgeworfen, oder wie? Nee, dann hat er gesehen, dass ich daneben geworfen habe und ist halt umgedreht. Hat halt direkt zugeschlagen. Sehr, sehr bitter. Ganz viel Funk hier. Wo bist du, bist du unten? Ja, oben bin ich noch. Also ich will hier oben das kleine Häuschen noch rein eigentlich. Hast du gehört, da unten einer war? Die Metalltür hört man ja vielleicht. Nee, da war ich auch zu weit weg. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Kann man trotzdem hören. War aber noch keiner. Aber hier oben war eine. Eine Explosion? Wo war ich? Kommst du zurecht? Ja, ich habe eine rote aufgemacht. Oh, womit? Äh, ich habe eine Claimer gefunden. Ja, grün? Äh, ja. Erste grüne war eine Claimer. Und dazu hatte ich dann noch einen Alarmgun. Moment habe ich das Ding ausgelöst. Was war denn da oben? Leider nur ein T3. Oh, T3. Ja, das ist richtig. Also hier oben ist jetzt Schluss. Können irgendwo anders hin. Ja, dann Richtung Mitte, oder? Also, weil Labs, also Airfield und so. Vielleicht haben wir da wieder einen Container. Du hast, hat schon einen angekillt. Ich glaube, ein zweiter jetzt schon bin ich. Ja, stimmt. Ich habe einen Airdrop-Stealer, also ich habe auch einen Alarmgun. Ich bin an dir abgeprallt gerade. Ja, meine Alarmgun habe ich verkauft. War ja leer. Kann man zwar ja wieder aufladen, aber... Macht für mich keinen Sinn bei einer Alarmgun. Es sollte eine ferngesteuerte Drohne oder sowas auch geben. Als Kamera oder als Ablenkung? Nur als Kamera. Die du halt selber kurz steuern kannst. Also, Held, keine Ahnung, Radius 200 Meter, die du damit hier gucken kannst. Aber dafür stehst du dann halt auch doof rum. Da hinten ist auch noch ein Schrank. Gibt auf jeden Fall einer Kunden. Lass dir mal hier reingehen, also. Oder lass die Verprügung gehen. Jupp. Stehen direkt neben uns. Boah, Salz, wie Katz, ein Bogen. Ich habe den nach außen. Hinter dir! Oh, fuck it! Ich bin schneller als... Ich bin doch nicht schneller! Der hat auch Running. Die gehen auf die anderen, die gehen auf die Schwachen. Die wollen unsere Kills stehlen, aber wir haben erstmal ab. Oder machst du... Ich habe eine Bandale. Eine Bandale, eine Bandale. Okay, dann holen wir den Low da. Den einen holen wir hier noch und dann hauen wir ab. Lass abhauen, oder? Ich habe einen Rucksack mitgenommen. Warte, vielleicht gehen... Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Und Dengel sind noch schnell. Und dann kannst du Ausdauer sparen? Ja. Aua. Der hat einen... Ja. Bleib hinter mir. Bist geblockt. Ich sehe nichts. Irgendwie habe ich Leben verloren. Ich weiß nicht, wo durch. Bist du? Andere Seite. Grund, an deinem Leben ist... Na, wie konnte er... Du hast ihn noch geschlagen? Ja, aber er hat ja auch danach nur Normal zugehauen. Also er hat nicht gecharpt. Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Oh, mit mal ein Kukri oder hat er es mitgenommen. Ich glaube, der hat irgendwas geklaut und wollte das dann benutzen. Das Kukri ist nicht hier. Das Kukri ist hier. Okay. Das hat er geklaut. Okay. Äh, boah, was habe ich denn jetzt alles? Oben liegt auf jeden Fall noch ein Rucksack, mit dem du dir Amor machen kannst. Die Waffe springt bei mir auch hin. Ja, ja, das ist immer... Hier ist auch noch ein Rucksack. Ja, okay. Okay, aber ich muss ja auf Explosives gehen eigentlich. Ja, aber Rucksack... Also jetzt muss ich ja eigentlich Sneaky noch abstauben. Wo kommt das hin? Random. Random, ja, ja. Ist noch viel los? Weil das war jetzt eigentlich wieder ein Vierer-Instant. Drei Teams noch. Aber nicht mehr allzu viel Zeit. Dann ist nochmal Funk. Da liegt noch eine Bondage, kann das sein? Ja, ich bin aber halt voll. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwas liegen lassen. Ich müsste auch eigentlich eine Sache verkaufen, damit ich meinen Airdrop eben rufen kann. Ich versuch's jetzt gerade mit Funk-Scheiße hier voll zu machen. Äh. Da kommt der Random. Und es kloppen sich wieder welche. Oh, der Random fliegt noch schnell. Oh, Mist, ich hätte einfach direkt rennen sollen. Guck, das... Eventuell im Kampf einmischen. Kannst du noch auf Skowart gucken? Ja, einer. Tot bis jetzt. Oh, das ist gut. Der Oktopus zieht noch... Oh nein. Äh, jetzt ist ein Team da oben. Also es lebt das Team noch. Haut rein. Wie viel Leben haben die noch? Waren beide voll. Waren beide komplett voll. Da ist das andere Team. Ja, ja, ich weiß. Ich versuch da jetzt hier mit rein zu... Was sind das denn für Looter? Jetzt kämpft. Hallo, loot ihn zu viert. Was schau... Was schau an Nanos. Das ist alles so. Okay, wer macht das? Wer gehört denn zu wem? Die sind... Drei sehen gleich aus. Die sehen alle gleich aus. Außer der Kürbiskopf. Ich geh auch mit rein. Dynamit, Dynamit, Dynamit. Das. Wer bist du eigentlich? Das ist kein Einzelnen mehr. Hey, da hat einer meinen Kiel geklaut. Jetzt bin ich im... Nein, nein, nein. Tschüss. Gehören die drei zusammen? Der eine haut den anderen. Nee, der dritt um. Ja, ich muss mich heilen. Die beiden gehen nie low, ne? Der wirft was? Nee, doch wirft jetzt. Beiden sind nie low. Möchtest du Hacker? Die haben sich gegenseitig geholfen, weil da ist auf jeden Fall ja noch ein Ding geprockt. Liegt da noch ein Medkit? Nein. Das wäre mega nice gewesen. Damit hätte ich gewonnen. Weil dadurch wären zwei Einzelne gewesen. Und ich hatte noch ein Medkit in der Tasche. Und ich hatte noch ein Medkit in der Tasche. Nein, nein. Och, hätte ich den da abhauen. Das wäre richtig gut. Was ist das für eine Gas-Module? Die macht echt viel. Der Raum ist gut weg. Nee, das ist der Container. Ach, das ist der Gas-Granate. Dann wäre ich eh in die falsche Richtung gerannt. Dann hätte ich es gar nicht überlegt. Da hinten, der Container. Ja, ja, ich wollte nach oben weggehen. Ach so. Weil ich dachte, das ist so eine Gas-Granate. Nee, das war ein Container. Nee, dann hätte ich eh keine Chance gehabt. Aber guck mal, die beiden, die jetzt noch leben, sehen genau gleich aus. Ey, das war ein Dreier-Team. Ja, in der Tat. Das hast du noch nicht erzählt. Da wusste man doch gar nicht mehr zu wem gehört. Oh Mann, ey. Du warst eine bescheuerte Runde, ey. Aber das musste auch mal sein. Das war mal wieder so, boah, da kämpfen zwei, dann kommen neue zwei und dann neue zwei. Äh, war was anderes, Leute. Ein Dreier-Team. Haben alle zusammen die Leiche gelootet. Da waren sie ja nur im Pirateam. Ja, da waren sie dazu. Alle looten denselben. Ich wusste nie, ob er nicht schießen soll. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann, ciao. Tschüss.